Du investierst monatlich 1000 Franken und hast immer wieder jährliche wiederkehrende Gebühren oder Ordergebühren. Wir rechnen uns heute aus, wie viel Geld übrig bleibt, bei welchen Gebühren und welche Gebühren tatsächlich wirklich ins Portemonnaie fallen können. Dafür verwenden wir wie immer den Finanzfluss Zinseszinsrechner, da bin ich ein großer Fan von. Und ich habe euch diverse Beispiele bereits vorbereitet mit diesen 1000 Franken monatliche Sparrate, die wir haben. Und wir nehmen dafür einen Anlagezeitraum von 30 Jahren, also doch schon ein etwas längerer Anlagezeitraum, wobei das auch für die meisten durchaus realistisch hier auf diesem Kanal ist. Denn die meisten von euch sind zwischen 25 bis 45 und da hat man definitiv noch 30 Jahre Anlagezeitraum, wenn man jetzt loslegt. Und das einfachste Beispiel ist, 1000 Franken investiert über 30 Jahre bei durchschnittlich 7% pro Jahr, sind 1,219 Millionen Schweizer Franken, die dabei rauskommen. Das wäre so die Variante, wo ich einfach sage, da haben wir nicht mal Ordergebühren, da haben wir auch nicht keine wiederkehrenden Gebühren, sondern das wäre so die Baseline. Wenn wir gar keine Gebühren hätten, würden wir bei 1,219 Millionen Franken landen. Und jetzt kommt der nächste Punkt, das ist so das Best Case. Stellen wir uns vor, wir zahlen 1 Franken Gebühr pro Order. Das heißt, von den 1000 Franken müssen wir 1 Franken abziehen und können halt über 30 Jahre hinweg zu 7% nur 999 investieren. Und jetzt überlegt euch mal, wie viel denkt ihr kommt dabei am Ende zusammen und was ist da der Unterschied? Schreibt es gerne jetzt in die Kommentare, nicht schummeln. Und ja, es sind ganze 1,218 Millionen. Fällt also überhaupt nicht ins Gewicht, ist aber auch logisch bei einem Franken. Jetzt müssen wir aber mal weiterrechnen. Wenn wir 15 Franken Gebühren zahlen, was kommt da über diese 30 Jahre zustande? Das heißt, wir können nur noch 985 Franken investieren und belassen alles beim Gleichen und dann landen wir bei 1,201 Millionen Franken. Also satte 17.000 Franken weniger, als wenn wir nur 1 Franken bezahlen. Das hört sich jetzt nach super viel an, ist es natürlich auch, aber über einen Zeitraum von 30 Jahren, sage ich mal, ist das schon ganz akzeptabel. Und hier muss man fairerweise auch sagen, da wird natürlich auch der Zinseszins mit drauf gerechnet für diese 15 Franken, die man halt eben nicht investieren kann, damit auch die Rechnung fair bleibt. Aber, und jetzt kommt so dieser große, große Punkt, wenn ich jetzt zum Beispiel aber kostenlos investieren kann, sei es, weil es ein kostenloser Sparplan ist oder was auch immer, auch über 30 Jahre, aber ich muss 0,3% per annum, also pro Jahr an Gebühren auf das gesamte investierte Kapital zahlen, sei das, weil es ein ETF ist, ein Fonds ist oder einfach ich Depotführungsgebühren habe, dann sieht das Ganze etwas kritischer aus. Ich meine, 0,3% ist echt nicht viel. Nicht schummeln, meine Lieben, schreibt unten in die Kommentare rein, was denkt ihr kommt dabei raus. Es ist sehr verblüffend tatsächlich, denn ich selber manchmal auch so das Gefühl habe, wow, so viel Geld kostet mich diese 0,3% pro Jahr. Ich dachte, das ist gar nicht so viel. Aber in Realität kommt man auf eine Summe von 1,150 Millionen Franken. Das heißt, im Vergleich selbst zu den 15 Franken Ordergebühren pro Order zahlt man mehr als 50 oder respektive hat man weniger als 50 Millionen weniger im Portfolio. Das heißt, 1,2 Millionen versus 1,15 Millionen, nur weil wir diese 0,3% Gebühren haben, aber uns diese Ordergebühren gespart haben. Da sehen wir also, dass Ordergebühren langfristig gesehen und vor allem, wenn wir dann auch vielleicht 40 Jahre Anlagezeitraum nehmen, praktisch kaum bis wenig im Verhältnis zu der angesparten Summe ins Gewicht fallen. Aber diese jährlichen Gebühren euch tatsächlich komplett nicht auffressen, aber doch einen signifikanten Teil der Rendite wegfressen. Und darum ist auch immer meine Devise, ich fokussiere mich auf diese Gebühren, die jährlich anfallen, immer aufs gesamte Kapital, dass diese möglichst niedrig bleiben. Darum ist auch ein Großteil meiner Investments in Einzelaktien, wo ich zum Beispiel auch kein TEA, also Total Expense Ratio abdrücken muss oder spezielle Branchen-ETF, die noch teurer sind, zum Beispiel bei 0,5% an TEA zum Beispiel sind. Oder einfach 0,5% Gebühren abverlangen. Denn hier habe ich nochmal eine Rechnung. Wir stellen uns im Best-Case-Szenario vor und das ist immer das Best-Case-Szenario. Wir zahlen 1.000 Franken ein, haben keine Ordergebühr und haben 0,5% per annum an Gebühren, also ein TEA oder was auch immer. Und da landen wir bei satten 1,106 Millionen Franken. Und jetzt sehen wir im Verhältnis zum Szenario, wenn ich 15 Franken Ordergebühr zahlen würde monatlich, sozusagen mit meiner Sparsumme, dann habe ich fast 100 Millionen Franken weniger nach diesen 30 Jahren, als wenn ich hier diese 0,5% per annum an Gebühren zahle. Das heißt, ihr seht, diese jährlichen Gebühren, die immer aufs gesamte Kapital sind, zerfressen die Rendite zu einem signifikanten Anteil. Weil natürlich ist es immer noch viel Geld, 1,1 Millionen, 1,2 Millionen, das sind grisige Summen. Aber ihr seht, wo das Geld halt entsprechend landet und merkt auch, dass diese Ordergebühren gar nicht so schlimm sind langfristig gesehen. Und man einfach gerade im Moment halt denkt, oh mein Gott, das ist so teuer, so teuer, so teuer. Aber langfristig gesehen fällt es halt nicht ins Gewicht. Und jetzt habe ich euch extra ein wirklich krasses Beispiel gemacht. Stellen wir uns vor, wir zahlen 50 Franken Ordergebühr pro Order bei 1000 Franken. Das heißt, wir können ja nur noch 950 Franken investieren, über 30 Jahre hinweg bei 7%. Und jetzt ratet mal, was kommt dabei raus? Sage und schreibe 1,158 Millionen. Das ist immer noch mehr, als wenn ich 0,3% Gebühren pro Jahr hätte und gar keine Ordergebühren zahle. Oder ganz klar natürlich sowieso auch bei 0,5% pro Jahr. Also das heißt, ihr merkt, diese Ordergebühren, selbst wenn sie so krass hoch sind wie in diesem Rechenbeispiel, fallen im Verhältnis viel, viel weniger ins Gewicht als diese jährlichen Gebühren, die jeweils immer aufs gesamte Kapital gerechnet werden. Und das ist meiner Meinung nach immer wieder ein sehr großer Anfängerfehler, dass man halt sich eben auf die falschen Gebühren konzentriert, die falschen Gebühren zu sparen. Mir geht es immer darum, bestmöglich diese jährlich anfallenden Gebühren zu sparen, die möglichst klein zu behalten. Und wenn die Ordergebühr allenfalls, ich sage so wie es ist, manchmal auch etwas höher sein kann, ist das langfristig gesehen immer noch besser, als wenn man eben relativ hoher oder auch schon nur 0,3%. Ist eigentlich nicht eine hohe jährliche Gebühr, das ist eigentlich relativ kostengünstig. Aber über die Zeit macht das halt eben extrem viel aus, weil das ist halt eben der Zinseszins, meine Lieben. Und genau so ist es bei praktisch jedem Investment, sei das jetzt Aktien, ETFs oder auch irgendwelche anderen Investments. Wenn ihr jährlich pro Jahr auf die investierte Summe Gebühren zahlt, das ist immer, immer ein, ich sage es mal so wie es ist, ein Ort, wo ihr wirklich viel Gebühren zahlt am Ende des Tages, wenn ihr über 20, 30, 40 Jahre investiert. Darum lohnt es sich da einfach mehr zu optimieren. Und vor allem, auch wenn ihr nur 0,05% weniger Gebühren zahlt, das lohnt sich über die Jahrzehnte auf jeden Fall. Bei den Ordergebühren sage ich nicht, dass man dort auch nicht sparen soll. Ich sage nur, der Fokus sollte richtig platziert werden. Und ihr seht, dass 0,1% pro Jahr einen deutlichen Unterschied mehr ausmacht, als teilweise hier und da ein Euro an Ordergebühren gespart. Das ist halt einfach die harte, aber wahre Realität. Jetzt würde mich natürlich mehr oder weniger auch interessieren, wie ihr das seht, wo habt ihr euren Fokus. Aber für alle die, die jetzt auch noch am Anfang dabei sind, checkt gerne dieses Video ab. Denn da schaue ich oder zeige euch all meine Sparpläne, die ich selber habe. Und das ist auch ein gutes Video für Anfänger, die gerne mit Praxiserfahrung lernen wollen und sehen wollen, wie kann so ein Sparplan-Depot auch so einfach als Inspiration und nicht als Anlageempfehlung. Also klickt hier, checkt gerne das Video ab.